Ja, einen wunderschönen Mittwochabend, ihr hört es ein bisschen. Ich bin leicht erkältet, möchte jetzt nicht rumjammern. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu zwei Stunden Felix Gräuch hier aufs TatschLive und ich wünsche euch viel Spaß und ich suche jetzt noch mal meinen Nasenspray, weil ich kriege kaum Luft. Bis zum nächsten Mal. 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 Jahr. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.